Einige Ballwechsel-Rallys im Gruppenspiel von Naomi Pernkowitsch, die das bislang recht sicher im Griff hat. Auch heute wieder immer, wenn die Kamera angeht, kippen Sätze, trifft plötzlich jemand nichts mehr. Vorher Riesen-Ballwechsel, grandiosistisch, toller Sport. Ich kann das alles natürlich behaupten und nicht beweisen, aber das ist wirklich so. Mit wenigen Ausnahmen, auch hier wieder plötzlich ein 7 zu 4 und ich hatte es schon gedacht, 3-4-Ball nicht, wenn das Spiel ist durch. Aber jetzt macht sie wieder ernst, Naomi Pernkowitsch und ich denke, sie reißt das durch. Anfeuerung von einem sehr sachverständigen und sympathischen Coach. Also wenn ich merke, dass... ...jemand Lappenfieber bekommt, weil er merkt, dass er gefilmt wird, dann mache ich gerne mal freiwillig die Kamera aus. Das sollte aber auf diesem Level, diesem Niveau eigentlich nicht unbedingt sein. Das läuft hier aber wieder in die richtige Richtung, die es vorher hatte, sodass ich mir da, glaube ich, keine Sorgen machen muss. Ich will hier ja nicht irgendwelche Spielergebnisse beeinflussen. 9-10. Ein guter Return, dann zum Schluss. Und Anfeuerung.